Der Ball aus der Gefahrenzone nimmt, wieder mit dem Organaufschlag von Stefan Feder. Bester Ballwechsel, was für eine Rallye und da hat man gesehen, wie fast ein artistisch sich Choro Calderano zum Ball bewegt. Ja, ich würde sagen, fast katzenleicht, wie er hier in der Box ist, aber das bessere Ende für Stefan Feder. Hier sieht man, da ist der linke Arm auf dem Boden, hier findet er seine Balance wieder und hier geht es wieder in das Spin-Spin-Rallye. Hier geht Stefan Feger etwas nach oben und hier platziert er den Ball. Sehr, sehr gut gemacht. Wahnsinns Ballwechsel von Stefan Fegerl, der hier direkt mit der Vorhand eigentlich gut agiert. Wir sehen gut an. Ja, wir haben jetzt den Ball zurückgekommen. Die Feuerl, der wird zukünftBereil. Da bir Oder 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 Ö Das war's. Musik Starker Ball von Stefan Fegerl, der sich hier mit einem ganz wichtigen Punkt im ersten Satz hier erkämpft. Musik 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 Spiel Musik Und er hat vor allem auch jetzt diesen Drive in Richtung. Oh, 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 oh.